... und täglich Kinder, Frauen und ältere Menschen vor den Augen der Welt schikaniert und ermordet werden. Die Soldaten, Polizei und paramilitärischen Gruppen haben sich verbündet, um die Bauten und Deckräder der antiken Stadt zu zerstören. Der unter UNESCO Weltkulturerbe stehende Stadtteil Sun wird durch die Geschosse der Panzer regelrecht bis zum Unverkennbaren zerstört. Viele alte Unterdenkmalschutz stehen in religiösen Bauten mitten in Sun, wie die 500 Jahre alte Kurschummoschee, Hasselmoschee, die 1700 Jahre alte St. Marykirche.